Lasst uns mit kinetischem Sand spielen. Im pinkfarbenen Sand hat sich ein blauer Fisch versteckt. Und wer hat sich hier versteckt? Eine lilafarbene Biene. Im grünen Sand versteckt sich eine gelbe Schildkröte. Und im blauen Sand ein pinkfarbener Seestern. Hallo, Pepper. Was hast du denn da? Sandförmchen und Sand. Ich will spielen. Hier ist eine Schaufel. Okay, spielen wir. Ein Fisch. Cool. Jetzt noch draufklopfen. Eine Biene. Summ, summ, summ. Weiter geht's. Schildkröten, gelb und grün. Jetzt das letzte Firmchen. Bis zum nächsten Mal. Ein Seestern. Spielst du gern mit Sand? Ja, das hat Spaß gemacht. Ein Fisch, eine Biene, eine Schildkröte und ein Seestern. Spielst du gern mit Sand?